Hallo, ich bin Olaf, ich bin der Gründer von Crowdware und der Entwickler von dem No-Code-Designer und der No-Code-Browser-App. Die Idee dahinter ist, dass ich selber Bücher schreibe, E-Books, ich habe schon 17 Bücher geschrieben. Verkaufen sich ein paar davon tatsächlich auch, wo es um Programmierung geht. Und meine Idee war, das heißt, es ist gar nicht mehr meine Idee, oder doch, ich habe die Idee einem Kumpel mitgeteilt und der meinte, das ist eine super Idee, müssen wir, solltest du unbedingt dranbleiben. Und er hat noch eine andere Idee reingegeben, dass das Ganze rund wird, so jetzt weiß ich gar nicht mehr, was davon noch meine Idee ist, um ehrlich zu sein. Es ist auf jeden Fall so, man kann zur Zeit in so einen E-Book-Text Bilder reinpacken. Was mir fehlt, sind Videos. Was mir fehlt, sind vor allem YouTube-Videos. Das ist ja nun heutzutage eine sehr bekannte Quelle, wo man seine Videos auch hochladen kann. Und die würde ich gerne im Buch streamen können. Und dann zusätzlich 3D-Modelle. Das mit den 3D-Modellen, das ist bei mir entstanden durch die Idee, dass ich gerne Spiele, dass ich gerne Computerspiele mache, wie zum Beispiel World of Warcraft. Da taucht man in die Welt ein und interagiert mit 3D-Objekten. Und das wollte ich irgendwie in ein Buch packen, damit der Leser mit dem Content, den der Autor da zur Verfügung stellen will, interagieren kann. Ich denke da zum Beispiel daran, ein Yoga-Video zu machen. Und dieses Video ist nicht irgendein Video, wie man es zu Tausenden auf YouTube auch findet. Sondern es ist ein animiertes 3D-Objekt, ein animiertes 3D-Puppe, die diese Yoga-Asanas zeigt. Und durch so ein 3D-Dingens kann der User die Kamera drehen oder sich reinzoomen, um die Szene sich aus allen Blickwinkeln anzuschauen. Und diese Szene soll auch steuerbar sein, dass man auf Play drücken kann, dass man zurückspulen kann, wie ein Video. Halt nur zusätzlich mit der Funktion, dass man, wie gesagt, die Kamera drehen kann, dass man reinzoomen, rauszoomen kann. Und das würde ich sagen, das ist die neue Art von Büchern. Ich erinnere mich gerade, ich habe sowas natürlich schon mal gesehen in einem Science-Fiction. Irgendwie kann ich mich daran erinnern. Also das ist, wie gesagt, das ist gar nicht mehr meine Idee. Sondern ich habe es, glaube ich, gesehen. Ich glaube, bei Harry Potter war das. Da war irgendwie, hatte jemand ein Buch aufgeschlagen und dann war da so ein, war da in dem Buch, war ein Film zu sehen. Ich glaube, von daher kommt das. Also wie gesagt, es ist nicht immer, sowas ist nicht immer die Idee des Erfinders. Ja, und ich habe mir gedacht, ich kann sowas. Oder ich habe mir immer gedacht, ich mache mal ein Prototyp und gucke, ob es funktioniert. Und es geht tatsächlich. Bei meinem Test habe ich allerdings auch schon Lücken gefunden. Ich habe mal versucht, zwei 3D-Modelle übereinander zu rendern. Und da ging dann mein Handy in die Knie. Ich habe so ein günstiges Handy, so ein Android Go heißt das. Also das unterstützt Android Go. Das ist extra für schmale Hardware gedacht. Und eins kann ich gut rendern, zwei, ich konnte es einmal sehen, ich konnte einmal beide Modelle sehen und auch mit interagieren. Dann allerdings wollte ich es aufnehmen und mit so einer Software, mit der man den App-Screen aufnehmen kann. Und der hat schon so viel Speicher verbraucht, dass ich die 3D-Objekte nicht mehr in den Speicher gekriegt habe. Dafür ist dieses Handy nicht ausgelegt. Aber da müssen ja auch gar nicht mehrere 3D-Objekte pro Seite sein. Es langt ja, wenn ein Objekt ist, zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, wie auch immer, kann man sich vielleicht noch aussuchen als Leser, der dann die Asanas vorführt. Und da kann man dann, es gibt ja ein paar Asanas, die führt man im Stand aus. Da kann man das Handy dann auf Portrait-Modus drehen. Und dann gibt es noch Asanas, die führt man im Liegen aus. Da kann man das Handy dann in den Landscape-Modus drehen, um die Szene dann zu sehen. Das heißt, da wird der ganze Bildschirm ausgefüllt. Also da kann man nur ein 3D-Modell anzeigen. Ja, das Ganze kann man bauen, diese 3D-Modelle, so ein Mannequin oder sowas, das kriegt man kostenlos downgeloadet. Von Adobe, glaube ich, Mixamo heißt es, die Plattform, wenn ich mich recht entsinne. Dann kann man sie mit, wie heißt denn das Ding, mit Blender, mit Blender kann man die 3D-Objekte bearbeiten und auch Animationen reinbauen und Cascadeur zum Beispiel, da kann man sogar KI-unterstützte Animationen bauen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, sich diese Animationen auch von der KI bauen zu lassen, also direkt von ChatGPT. Also ChatGPT ist der Meinung, ich habe es gefragt, ob es sowas kann. Und da werde ich noch ein Buch zu machen, wenn ich dann selber hinbekommen habe, wie man sowas bauen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt die Aufgabe eines Autors, aber der Autor kann ja jemanden damit beauftragen. Den kann er ja auf Fiverr finden, 3D-Animator oder irgend sowas. Da muss er sich ja nicht selber reinfuchsen. Das können ja andere Leute auch. So steht der Kleiner Markt. Man kann auch fertige Animationen schon kaufen. Da geht es dann aber eher so um Spiele, dass dann so eine Figur tanzt oder mit einer Knarre zielt oder irgend sowas oder mit einem Schwerthaut. Aber genau diese Leute, die solche Animationen machen, die können auch Tutorials bauen. So zum Beispiel, das nächste Tutorial wäre eine Karate-Katter. Da habe ich es selber mal früher gemacht, Karate. Und da gibt es diese, damit man eine Prüfung besteht, muss man eine Katter vorführen. So eine fest vorgeformte, na wie heißt denn das, so Techniken aneinandergereiht. Und die muss man vorführen. Sowas kann man wunderbar aus so einer 3D-Animation lernen. Man muss ja nicht die ganze Katter in eine Animation packen. Man könnte ja da mehrere draus machen. Ein Katter ist ja meist eingeteilt in mehrere Schritte. Und dann kann man noch ein Bild zeigen, in Draufsicht vielleicht, wo die Figur sich hinbewegt. Ein paar Schritte nach vorne, dann zur Seite. Und ja, da könnte man später, könnte man da alle möglichen Tutorials mitbauen. Oder ich kann noch nicht mal wissen, was da alles mit möglich ist. Das werdet ihr als Autoren dann irgendwann wissen, was damit möglich ist. Auf jeden Fall schaffe ich dafür die Plattform, womit man so eine App bauen kann. Ja, ich bin vor 10 Jahren eigentlich schon ausgestiegen aus dem Business. Ich hatte ein Burnout und mit einem Nahtoderlebnis. Und habe eigentlich gar nicht mehr an die Softwareentwicklung geglaubt. Beziehungsweise nicht mehr an den Profit. Glaube ich heute nicht mehr dran. Ich bin da so ein bisschen anders drauf. Durch das, was ich erlebt habe. Ich habe jetzt zum Beispiel 10 Jahre im Wohnmobil gewohnt. Habe Land gesucht für Communities. Eine Community haben wir in Portugal schon gegründet. Und mein Ziel ist es jetzt, Land suchen, für das Land Investoren finden. Da gibt es eigentlich schon eine Schweizer Stiftung. Die kauft das auf, um es vor Spekulationen zu schützen. Und verpachtet das dann per Erbpacht an die Community. Und dort möchte ich dann den Profit über diese App und auch über andere Apps. Also die ganzen Profit der Firma, Crowdware, der soll da investiert werden in diese Projekte. Da brauchen wir erstmal Infrastruktur. Da brauchst du eine Komposttoilette. Da brauchst du eine Küche, wo man zusammen kochen kann. Und das muss alles kein Haus sein. Oder man denkt eher an so ein Rainbow Gathering, wo man draußen ein Flying Tippie hat. Und wo man Komposttoilette, ja, das kann dann einfach so eine Hütte sein, wo überdacht ist. Wo man dann, ja, das kommt, je nach Region, wo man das macht. Also ich denke da immer an Portugal und Spanien, wo es ein bisschen wärmer ist, auch im Winter. Da kann man sowas auch mit einer offenen Küche machen. Wenn man dann hier das in Deutschland machen würde, da müsste man dann wahrscheinlich was mauern oder so. Oder aus Holz irgendwas zusammenbauen, damit man das heizen kann. So eine offene Küche im Winter im Dezember ist wahrscheinlich nicht so praktikabel. Es wird zwar warm beim Kochen, aber naja. Ja, dafür werden die Profite genutzt und die Erkenntnisse aus diesen Communities, die soll zurückgetragen werden an die Universitäten. Das ist so ein Ziel, damit wir, die Idee ist eigentlich, das war ja nicht meine Idee, das war die Idee vom Finanzamt, damit wir gemeinnützig werden können, müssen wir sowas einbauen. Und ich fand die Idee gar nicht schlecht. Da können wir Studenten gleich briefen, dass sie nicht unbedingt den tollen Studiengang da belegen müssen, um dann hinterher reich zu werden und im Hamsterrad zu landen. Sondern man kann denen auch den Weg zeigen, so könnt ihr auch leben und ihr müsst dann nicht arbeiten. Sondern gerade so für, ja, für, also was man da brauchen kann, das sind Tischler, das sind Schlossler, das sind vor allen Dingen Bauern, Farmer, die sich auskennen mit Permakultur. In diesen Communities kann man diese Sachen alle brauchen. Ein Informatiker wie mich braucht es da gar nicht. Wir brauchen keine, keine, ich denke mal, wir brauchen in so einer Community keine Informatik. Außer vielleicht für Außenwerbung, um vielleicht ein bisschen Geld reinzukriegen für, dass man Workshops gibt, Plamakultur-Workshops, Massage-Workshops und dafür muss man dann eventuell eine Webseite pflegen und dafür brauchst du wieder Informatik. Na ja, also vielleicht gibt es da doch ein bisschen Arbeit für mich. Meine Arbeit liegt dann aber da eher in der Massage. Und ja, und ich möchte mehrere von diesen Communities gründen. Und dass wir in der Lage sind, von einer Community zu anderen zu reisen. Wir können zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sein, wenn die Communities dicht aneinandergereiht sind, was weiß ich, 80 Kilometer oder 100 Kilometer entfernt, dann kann man dann mit dem Fahrrad hinfahren, ist eine Tagestour und dann ist man in der nächsten Community, da kann man dann bleiben für eine Nacht oder ein paar Wochen, Monate. Jahre, was weiß ich, und dann weiterziehen zur nächsten Community. Das ist so das Ziel. Und da möchte ich halt helfen mit dem Geld, was ich über Software verdienen kann. Und ja, ein bisschen was zwack ich mir natürlich selber ab. Aber einen kleinen Teil, ich habe gelernt, mit wenig rauszukommen. Kann sein, dass ich mir irgendwann mal wieder ein Auto hinstelle. Momentan fahre ich Motorolla. Kann sein, dass ein Auto Sinn macht. Will ich nicht ausschließen. Also ich bin nicht der, wie heißt der Typ, der in der Schweiz da Mikro gegründet hat. Der hat, ich glaube, der ist sein Leben lang Fahrrad gefahren, obwohl er Milliardär war. So streng, wenn ich da nicht zu mir sage. Okay, das war's. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich hoffe, wir finden ein paar Spender. Und wenn nicht, das Geld brauche ich eigentlich nur für Werbung, damit ich da ein paar mehr Leute drüber informieren kann, dass es da eine tolle App gibt. Ich habe schon einige Softwareprojekte gemacht und kennt keiner ab. Das heißt, es nützt niemanden. Naja, das war's erstmal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Amen.